Guten Morgen! Wir verabschieden uns jetzt gerade von Las Vegas und fahren wohin? Nach Lovely Utah! Musik 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 So, wir sind jetzt auf dem Parkplatz in Canaryville angekommen und starten jetzt unseren ersten Hike unseres Urlaubs. Kommt mit! Musik 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 Wir sind nun mittendrin im Canera Creek. Es ist der Anfang des Slots und hier ist es schon total genial. Wir sind nun mittendrin im Canera Creek. Jetzt geht es auf Richtung Bryce Canyon, aber nicht um dort noch eine Runde zu wandern, sondern weil wir uns jetzt einen leckeren Burger verdient haben. Yummy yummy! Willkommen in Escalante! Danke! 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 Danke!